Hallo und herzlich willkommen zum 129. Let's Play Minecraft Pocket Edition und heute ist zwar mal VIP1992 dabei, aber der spielt nicht mit, der redet bloß mit, also der sitzt hier bloß daneben und quatscht ein bisschen vor sich hin. Ja, so, wir waren hier stehen geblieben beim Lager, das werden wir jetzt gleich weitermachen und ich glaube schon erstmal aus dem alten Lager die Kisten. Ja, morgen ist Silvester und da wird, das heißt dann also, dass ab, gute Frage, ab übermorgen sozusagen. Also morgen kommt dann kein Let's Play, weil da ist ja Montag und Montag werden keine Let's Plays hochgeladen und außerdem ist morgen, ja Silvester, wie ich schon gesagt, und das passt gerade ganz gut, weil dann nämlich ab dem Dienstag, das heißt also ab 2013, ab dem 1.1. wird nicht mehr jeden Tag ein Let's Play kommen. Aber ich werde versuchen noch jeden Tag so ein Video zu machen. Auf jeden Fall, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wie dann der Uploadplan ist ab dem 1.1., dann schaut in die Kanalbeschreibung. Da müsste das eigentlich drinstehen und ich überlege gerade, wie ich das jetzt mache. Ja, also in die Kanalbeschreibung, dann müsst ihr das eigentlich schon stehen, guckt da einfach mal rein. So, also es wird Dienstag ein Video kommen, Donnerstag ein Video kommen, also Dienstag Let's Play, Donnerstag Let's Play, Mittwoch Let's Play auf Final Games for Life, steht auch alles in der Kanalbeschreibung, dann Freitag von App Review und dann Samstag, Sonntag wieder Let's Play. MCPE. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde mal sagen, da kommt eine Kiste hin, und da kommt eine Kiste, 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 vielleicht auch aus... Ich glaube, es sind das sogar genauso viel, wie wir brauchen. NEIN! Eine fehlt! Oh mein Gott! So, dann einfach mal hier so... Küsse! Yippie! So, und... Tada! Gut. Jetzt sieht das sowieso lustig aus irgendwie. Ja. Ja. Nein, abgelehnt. So, will ich... soll ich jetzt hier unten drunter... oder soll ich die hier hin machen? Ja, dorthin. Aber die... auf was sollen die dann stehen? Aber die müssen ja auch noch auf irgendwas stehen. Kann natürlich auch... Ne, das sieht doof aus, oder? Doch, geht schon. Ne, das gefällt mir nicht. Sieht so ein bisschen aus wie Rennchen. Das sieht auch doof aus, oder? Ja. Obwohl, das geht eigentlich. Mal gucken, wie es aussieht. Na komm. Meine hübsche Diamant-Axt. So, das geht eigentlich. Was haben wir noch für einen besonderen Stein? Ich will das mal mit irgendwelchen besonderen Stein machen. So, was gibt's denn da? Äh... Keine Ahnung. Irgendwas muss es da geben. Nein, jetzt hab ich keinen Stein mehr. Na egal. So... Ja, das geht schon eigentlich. Ja, sieht eigentlich ganz ordentlich aus, ne? Hm. Wenn's da mal zwei Kisten gibt, das müssen wir dann mal auch gucken, wie wir das machen. Da hol ich erst mal Stein. Haben wir ja so wenig. Hm-hm. Ich bin zumindest jetzt endlich mal froh, dass wir ein ordentliches Lager haben. Aber... Ich könnte nur den ordentlichen Weg nehmen, aber das ist ja langweilig. Hm-hm. So. Äh! Jetzt. Ähm-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh. Na, jetzt ist es auch zu spät. So. Egal. Machen wir die Kiste noch leer. Hm-hm. Ja, ich nehm mal drei mit. Und ich glaub den Cleanstone Duschleer mal weg. Ist das der... Aber... Wo? Der Cleanstone kann da eigentlich auch hin. Ich guck mal ganz schnell, was hier noch so für besonderer Stein ist. Also Holz auf jeden Fall nicht. Ist auch nix. Hier auch nicht. Ach, wir können ja Kohle hinten bauen. Ja. Hm. Eisen. Wolle. Wolle. Sieht Wolle gut aus. Ne, sieht eigentlich auch doof aus. Das wär noch ne Idee. Ah, da haben wir so wenig von. Entschieden würde ich auch noch unbedingt. Das nimm mal so... Oder Sandstein. Ah ne, Sandstein passt da ohnehin. Kies erst recht, ne? Blätter. Hm. Ne, na dann. Aber was mir eigentlich gefällt... Hier. Ach ne. Hier. Warum haben wir davon nur vier? Na, ich lass jetzt einfach mal beim Cobblestone. Wenn euch noch was einfällt, wie man das machen könnte, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann könnte ich das ja noch irgendwann mal umbauen. Es sind ja nur ein paar Blöcke. Hier die Wand will ich immer noch irgendwie machen, ordentlich. Ja. Kannst du auch mal machen. Will ich auch mal noch irgendwann machen, ordentlich. Will ich auch mal noch ordentlich machen. So, jetzt hab ich mal Deutsch geredet. Deutsch. So. In dem Let's Play fällt mir oft, sag mal generell irgendwie, also viele Let's Player sagen da viel zu oft so. Ich auch. Sag so auch oft so. Nein, das ist schlecht. Ach so. Das ist laut. Ähm. Ähm. Ne. So. Da und da und da und da und da und da und da und... Ne. Da und da und da und da und... Ne. Doch? Ne. Und da 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 und So und das wars. Was soll ich an den Ecken machen müssen oder nicht? Da könnte rein theoretisch, könnten hier noch 2 Öfen hin. Na komm. So. Ja, sieht so scheiße aus oder? Doch, geh schon. Yeah. Nein. Achso, und da könnte er eigentlich schon immer so hier. Ja, das sieht geil aus. Ja, das lassen wir so. Wollen mir die 2 Öfen hier aneinander so noch nicht gefallen. Das sieht irgendwie doof aus. Ach ne, jetzt wollen wir. Genau. Na, da. So. So und darauf dann das. Wie lange soll das Video jetzt gehen? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten. Die gehen jetzt erstmal, weil wir ja an der Zeit gerade eigentlich nicht da sind. Wir sind gar nicht da. Auiiii. Ey, das sieht übers geil aus irgendwie. Gefetzt. Was ich hier mache, weiß ich nicht. Da könnte jetzt noch ein Ofen. Ne, jetzt lass ich mal. So, da haben wir unser kleines Lager schon fast fertig. Da werden dann die Kisten einfach so hoch gebaut. Wenn dann am Ende halt so. Also wenn das dann mal zu viel wird. Wenn hier zum Beispiel angenommen das hier jetzt koppelst du in die Kiste. Und die eine Kiste reicht nicht mehr aus. Und wenn die einfach drüber geht dann. Ich bin mir bloß noch sicher, wie wir das machen. Wenn das das ganze dann hier noch nicht ausreicht, dann müsste ich eigentlich schon eine Etage drüber bauen. Wir können ja mal das Dach hier noch offen lassen. Wenn es dann mal irgendwann zu viel wird. So und was, wie wird das hier jetzt überhaupt? Jetzt habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Kann man sowas machen? Ich könnte jetzt hier... Na, einfach hier mit den Steinen so lang. Na, hier muss doch irgendwie mal ein Tor sein. Na, geh mal nach links. Ja, und dann baust du hier links hier rein. Was jetzt? Hier so. Ja, hier so. Hey, was willst du jetzt von mir? Genau, dort eine Tür rein. Hier nein, das hier soll doch die Tür sein. Deswegen ist das doch so. Achso. Ja, klar. Es soll ja nicht so viel eigentlich werden. Nur. Hier soll der Eingang rein. Es wird schon wieder Nacht. Stimmt? Ja. Oder? Ja, wird Nacht. Oh Gott, wie machen wir das hier am besten? Ich werde erstmal hier noch einzeln machen. So und jetzt noch hier. Aua! Genau. So. Nein! Kein Holz mehr. Ui! Aua! Nicht aufs Feld springen? Aua! Ich bring mich ja noch selbst um. So. Mit los, dann müssen wir dann immer arbeiten. Aber das ist machbar ja erst, wenn es Lager fertig ist. Da kann da oben zum Beispiel noch was ran. Und die Zeit ist doch auch bald vorbei. Achja, ne, was will ich denn mit hier? Ja. So. Dann würde ich jetzt gleich mal schlafen gehen und dann gleich tschüss sagen. Erstmal gehe ich schlafen, dann wache ich wieder auf und dann sage ich tschüss. Ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann, ja, tschüss, bis zur nächsten Folge. Und, ja.